Da 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 Willkommen zurück zu einem neuen Part The Lächeln of Zelda Eiling Bedweebles Wir sind zurück hier am vor dem Ostpalast Am vor dem Ostpalast Da 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 Und hier kommen wir Wenn Sie Hilfe brauchen, kommen Sie zu mir Ich warte im Haus südlich des Schlosses auf Sie Rabio fahrender Händler Jetzt müssen wir wieder zurück Ein Wiedersehen mit Zelda hatten wir im letzten Part abgeschlossen Wie wird wohl dieser Part hier heißen? Wir werden es erfahren Da 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 Hallo hallo Willkommen zurück kleiner Held Was ist passiert? Ja ich werde das jetzt alles überspringen Oh Das habe ich gesehen Was ist passiert? Dann war es das jetzt Aha Du hast den Bogen ausgeliehen Du siehst die Gegner aus der Ferne Da kannst du nicht aus Schalter bedienen Ja Ja da 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 Ja wir kommen zurück Rösten wir das gleich mal aus Ach ja da unten müssen wir auch noch hin Wir haben schon einiges Oh ach ja die Ausdauerleiste haben wir jetzt Das ist ja Ausdauerarbeiten Ja ja Nein Ah Biene Gehen wir noch schnell zu Kakariko Ich hab was vergessen Was ich mir Schon hätte von können Ja da Das ist schon Das ist schon Die Das ist schon Was ich mir Ich brauche Geld Prozent Prozent Bärmühlen spielen da muss ich nicht sehen zwei Schläge ok Ich brauche jetzt viele Ruppine, warum bin ich schon wieder, oh mein Gott, geht das kaputt. So, wo ist denn das Tweepass, ist das Sweepass-Oper, hallo, hey, tu nicht gut, der böse looks like Link, ja, ja, du bist das, noch ein fahrender Händler, Flasche, ja, das möchte ich haben, für 100 Tropine, okay, du hast eine Flasche erhalten, da kannst du verschiedene Dinge, aufbewahren. Da, äh, jetzt gehen wir hier mal bei den Sumsenmannen. Oh, bitte, äh. Oh, was du hier lange nicht besummst, äh, äh, gesehen? Ja, 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 hast du schon mal gesagt, weh, äh, ein Fascher, ein Fascher, na gut, hier, nimm. Du hast den Fascher erhalten, was du damit wohl alles fällst. Fascher, das Häuser, lift vorne, Marineießenmannen, Acht. Ja, ja, warte mal kurz, nein, 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 nein. Ja, Mann, wir mal kurz, das hier. Mein KC kommt schon wieder. Ah, gut, jetzt radot. Eine Sumsefrau. ich hätte für dich keine Zoom zu fangen. Wenn ich Geld brauche, kann ich für dich eine Zoom zu fangen. Und auch wenn ich mehr Flaschen habe, es gibt nämlich fünf Flaschen, ich muss mich mal gerade kurz ein Bein kratzen. Haben wir schon 18 Uhr? Das gibt es aber nicht. Wir folgen jetzt mal den Weg. Wo muss ich denn auch hin? Ich muss noch woanders hin. Hier runter. Da unten. Ihr könnt das jetzt leider nicht sehen. Hätte ich können auch ein Kakariko nehmen. Aber sie... Ah! Mal rein. Aber ich nehme es doch hier. Hallo. Das hier möchte ich haben. Ein Schild. Du kostet 50 Rubine. Kaufen. Du hast ein Schild. Mit R kann ich voll beschreiben. Okay. Gut. Hallo. Hallo. Was war denn das? Okay. Jetzt trauen wir uns. Jetzt traue ich mich hier hin. Es ist schwer. Schip, schip, schip. Ah, ja, ja. Hm, 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 hm. Wie schnell hoch hier. So, hier waren wir. Die Petschel. Ach, diese Symbole. Ich dachte... Oh, die Schilder sind weg. Fatz und Fatz. Das kann man da rein. Das ist aber nicht der Dungeon. Das ist auch nicht der Dungeon. Der Dungeon ist auf der anderen Seite. Oh, wie komme ich denn da hin? Was ich nicht, was ich nicht, das... Die leben. Fatz, Fatz, halt. Schick, zack. Oh, ja. Komm her. Fatz, Fatz. Und du auch. Fatz, Fatz. So, wie, wie, wie? So, wie, wie, wie? So, wie, wie, wie? 20 Rubine. Da können wir auch nichts machen, da unten. Da auch nicht. Hier ist überall nichts. Nein, das können wir nicht. Oh, oh. So viel Geld. Und da auch. Ich bringe einfach todesmuttig runter. Ja, la, 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 weg, weg, weg. Noch nicht mal. Ein Herz. Kann ich den schieben? Nein. Da, da. Da, 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 oh. Ein Herzteil. Da komme ich nicht ran. Hier komme ich später raus. Da, 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 au. Hey. Fies. Gib mir mein schönes Head zurück. Da, 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 da. Wo geht es denn hierhin? Verdammt. Halt. Ich muss mal gucken. Wo geht es hier denn raus? Da? Verdammt. Ich muss sehen, wie geht sie wieder zurück. Hier hoch. Dann da. Okay. Hier vorbei und dann hier hoch. Hallo. Watz, watz, watz. Was du willst auch noch? Watz, watz, watz. Ja, ja. Watz, wau. Da ist noch eine Truhe, aber da komme ich nicht dran. Wieso denn das nicht? Osvala. Hier da. Ja. Ach, du bist das, du der Lehrling. Also ich... Sag mir doch nicht zu einschrecken ein. Ja, ja. Warte, Kirche. Ja, ja. Ich bin gleich wieder zurück. Ich geh nur mal kurz hinein. Ja, ja. Da bist du weg. He, 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 he. Na ja, warte, haben wir auf der Karte eingetragen. Wirst du das Spiel speichern? Wirst du das Spiel speichern? Wir gehen jetzt... Ja, ja. Wie wäre es mit einer Pause? Nein. Ja, ja. Geh mal in den Ostpalast rein. Seid ihr bereit, Link? Wir sind dann bereit. Ostpalast. Was ist das? Der erste Dungeon. Also Level 1. So, ich kenne mich hier natürlich noch aus. Hallo? Es hört sich so an, als ob hier keine Musik wäre, doch das ist das? Der kommt später noch. Und 20! Jetzt beginnt sie leicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay. Au, 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 au. Au, au. Tschö. Da, 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 da. Tschö. Wir können jetzt da rein. Oh. Das weiß ich. Und das so. Ihr lebt doch. Ihr lebt. Du lebst. Will ich da rein? Okay. Hä? Hier ist was. Ah, das ist hier drunter. Aha. Eine Feenquelle. So, ich nehme jetzt meinen Kescher. Da. Du musst auch schon heran. Lefi! Was möchtest du tun? Eine Flasche. Die können wir mitnehmen. So. Die sind doch wieder da. So. 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 Ich bin jetzt durch. Ach, Mist. Was mache ich denn da? Jetzt müssen wir sie alle aktivieren. Da, 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 da. Kleiner Key. Hilfe. Hilfe! Aha. Au. Schnaufe. Nein! Mein Herz! Da, da, da. Jetzt können wir da wieder raus. Okay. Da können wir jetzt hoch. Ich möchte aber... Leute, das tut mir gerade leid. Das war ein Notfall. So. So. Da, 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 da. Oh. Komm her! Quats! Das war's schon. Es war aber noch nicht die Hälfte des Steinsschutz. Okay. Da. Ha! Hm. 20. Wo ist der Kompass drin? Wo ist der Kompass drin? Wahrscheinlich ist da oben der Kompass drin, oder? Da, 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 da. Da kommen wir wieder raus. Jetzt der Kompass, oder? Aha, der Kompass. Jetzt sind verschlossene Tiere und die Schätze. Da sind wir jetzt fertig. Im ersten Stück fehlt noch und dann kommt nur noch der Boss. Okay. Da sind wir jetzt fertig. Na, jetzt gehen wir weiter nach oben. Ja, es geht nicht. Ich wollte aufladen, aber es geht nicht. Was? Ist das etwa schon? Die Hälfte des Dungeons, Leute. Wo gehen wir hin? Das war gut. Ja, wir müssen hier rein. Wann, was? Hä? 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 Da ist nichts, oder? Ist da was? Die schießen gar nicht, die Pfeile. Okay, Maa. Tada. Oh. Aha. Ich hab gewusst, dass da irgendwas ist. Und du bist da oben? Äh. 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 Warum schießen sie dich? Äh. Monsterherz! Das haben sie geschossen, okay. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hier sind wir jetzt fertig, okay. Wo sind wir denn? Da oben ist die Boss hier. Ich seh's auf der Karte. Da kommt aber nicht ran. Ich bin einfach... Aha. Und da... Ah, von da... Du bist hier. Höh. Da-da-da-da. Du wirst so aktiviert. die Prozent und auch in der Welt hier kommen die Schlau hier auch ich werde Nein! Lass mich hier runter! Hä? Wo kann ich denn hier noch was aktivieren? Wo kann ich denn jetzt weiter? Ah da! Ne, das ist doch auch zu. Ach so! Aha! Zack! Oh! Zack! Aha! Das ist wie... Oh! Wo bin ich hier denn hier? Hö! Hö! Oh mein Gott! Wo bin ich hier? Au! Äh! 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 Ha! Ha! Ich bleib hier stehen! Äh! Äh! Warte, ich schieße nicht mehr! Mann jetzt! Äh! Bleib an! Geht das Ding schon wieder aus! Gehst du an? Aha! Fein! Nee! Du! Okay! Nimm mich mit! Äh! Äh! Schieße hier noch? Nein! Äh! Ein... O-Hexen! Töne! 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 Ich will da noch nicht! Okay! Oh nein! Sklette! Ok! Die waren mit dem Bogen! Recht! Zeh schießen! So ist der da oben! Huah! Fats! Fats! Okay! Jetzt der... da die große truhe ok der große schlüssel jetzt können wir schon zum boss aber ich hab schon ich hab noch eine tür übersehen jetzt kommen wir zum Bord jetzt können wir zum Bord aber ich möchte noch ein bisschen und zwar haben wir ein komplettes Geschoss vergessen und zwar da oh mein Gott jetzt macht es mir was aus ok da hinten still still aha ok schnell 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 gut und warten und alt okay ich reine einfach durch natürlich gerade in dem Moment wo ich da vorbeilaufen nie noch ein Mann das ist weg ja jetzt geht es auf die 1 so jetzt können wir zum boh- das ist ja hoch jetzt können wir zum boh- haben wir alles erkundet ja der Tempel ist zu 99 Prozent gelöst und das 1 Prozent nehmen wir jetzt noch nach ja nehmen wir nach nach dem ganzen aufgeplaneten Gehabe sieht es auf einmal nicht mehr so gut für dich aus was nun denn bist du bereit dann werde ich jetzt zu einem meiner Kunstwerke machen du solltest dankbar dafür sein dass das Blut der sieben Weisen in deinen Adern fließt oh oh was für ein einzigartiges Gemälde mein Talent ist wirklich unvergleichlich oh wer bist du habe ich dich nicht schon irgendwo einmal gesehen ach der kleine Stirn fliegt aus der Kirche oder willst du dich mir schon wieder entgegenstellen es spielt keine Rolle ich werde dir ein Ende bereiten oder was 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 wu putz 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 er rastet aus Okay. Quatsch. Quatsch, 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 quatsch. Quatsch. Und das war's. Noch nicht. Das war's. Das war der Endbus. Genug, der Spielchen. Du bist lästig. Mal sehen, was für ein Bild du abgibst. Das war leider nicht genug. Wenn man nämlich hier etwas falsch macht, wird man zum Bild. Dachte ich es mir, mehr als eine primitive Gritzelei ist dabei nicht herausgekommen. Am besten lass ich dich da hängen, bis du verblüchen bist. So, dann werde ich als nächstes Prinzessin Zelda meiner Sammlung hinzufügen. Wir haben natürlich nicht verloren, denn... Rabios Armreif wird uns retten. Hm? Hier, guck. Die Dimensionsart Insekten der Ritter Die Dimensionsart Insekten der Ritter Die Dimension des Bl 않아s abgibst. Welche Dimensionsart Insekten der Ritter Die Dimension des Blatt Insekten der Ritter Armreif hat dich gerettet. Er erlaubt dir, Wände zu betreten und wieder verlassen. Aber wie ist das möglich? Jetzt können wir hier in der Wand rumlaufen. Wir können doch nicht mal hier reinfallen. Wir einfach aus der Brust. Oh, dein Herzcontainer! Du erhältst ein weiteres Herz und deine Lebensenergie wird komplett aufgefüllt. Jetzt können wir hier... Du hast ein Ausdauerkrug erhalten. Damit wird deine Ausdauerkrug wieder voll. Wieder rein. Stup, 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 stup. Oh, Mist. War da nicht noch was? Nein. Hier runter! Oder auch. Lalalala, Hilfe. Hilfe. Lalaada. Oh, das war doch. Was ist das einfach? Äh, hu! Oh! Das ist doch mal cool gemacht, oder? Laden wir uns wieder auf. Eben ist noch eine Truhe. Da 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 da. 50 Robina. Da 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 da. Achso. Gehen wir wieder raus. Sind wir wieder hier. Wir sind aber noch nicht fertig, denn hier ist auch noch eine Truhe. Da da. Da 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 da. 100 Robine. Sind wir jetzt komplett fertig? Nein, wir haben eine Truhe übersehen. Wir haben eine Truhe übersehen. Dein Boss. Das tut mir leid. Die nehmen wir jetzt noch. Wo bin ich denn hier? Oh. Stimmt. Wer ist das? Oh. So. Gehen wir schnell hier durch. Und nehmt. Und nehmt. Weg. Ey. Na dann geh ich halt hier entlang. Geh mir nochmal zum Bus. Und nehmt. Und nehmt. Und nehmt. Da hinten ist eine Truhe. Aha. So. Laufen wir einmal hier rum. La 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 la. Und gehen jetzt hier rum. So. Verdammt. Gehen wir einfach wieder runter. Und nun müssen wir wieder. Oh Gott. Na toll. Okay. So. La 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 la. Gehen wir wieder hier rum. Nochmal in die Wand. Das sind ja auch Rubine, Mensch. So. Wieder aufgefüllt. Und hier. Hab ich ganz vergessen. Was wäre da drin gewesen? 100 Rubine. Ganz toll. So. Oh, wenn ich auf Select drücke, dann komme ich zum Status. Geh mir nochmal den ganzen Weg. Ja, tut mir leid. Wie sie ein Truhe jetzt sind. Da sind wir schon wieder draußen. Sind wir jetzt wirklich fertig? Gut. Wir sind fertig. Das heißt raus. Oh, Marcel. Oh, Marcel. Warst du in dem Palastus und hast du es fahler gefunden? Ja. Aber er wurde... Ist ja es fahler? Okay. Wie bitte, Prinzessin Zelt? Oh, oh. Oh, oh. Was war das? Oh, nein. Er ist in seinen Schritt raus. Was ist das? Und schleunigst zu Schloss Helm und zurückkehren. Oh, oh. Oh, oh. Oh, mein Gott. Was ist das? Was machst du da, Opa? Das ist eine mädliche Barriere. Prinzessin Zelda und Ypa befinden sich da am Schloss. Können wir gar nichts tun. Hör zu. Alles, was ich... Ja, ja. Ja, drei Master Schwert. Wir brauchen die drei Amulette. Und die Hansge gehen. Ja, ja. Ja, da kam ich mal ein Haus des Windes. Prinzessin Zelda... Prinzessin Zelda Stahle ist mein... Mal, wirklich kein das Amulett des Mutes. Was ist das? Du bist dran speichern? Ja, okay. Äh, da. Böse! 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 Gehen wir jetzt in so ein Haus und dann... Dann war es das mit dem Part. Der weiß dann schon... Zu Ende. Ja, 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 ja. Ja, wir hören mal gerne, dass sie kaputt... Es macht irgendwie Spaß. Es ist auch mein Lieblingsspiel 2015. Okay, gehen wir jetzt hier rein und dann... Äh, lassen wir... Machen wir den Part. Wir kommen zurück, kleiner Held. Ne, ja. Also, dann. Bis zum nächsten Mal. Tschau! 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 Tschau!